Speyer, Jehovas Zeugen-Extrem Jehovas Fassade bekommt Risse. Ein Mann läuft gegen die Pumpe. Er reibt sich die Stirn und läuft gegen die Pumpe. Danach reibt er sich wieder die Stirn und läuft wieder gegen die Pumpe. Dies ist die Haupttätigkeit dieses Mannes und er hört nicht auf damit, weil er die Pumpen nicht sehen darf. Der Zeuge Jehovas am Altpörtel in Speyer stellt sich immer wieder auf, um ganz schnell zu gehen, wenn er jemanden am Horizont erblickt, der ihn fotografiert. Wenn sich jemand schämt, fotografiert zu werden, während er für einen eingebildeten Gott Reklame macht, und immer sofort wie ein erwischter Lügner davonläuft, sollte er sich vielleicht nach dem Hund ersten Mal die Frage stellen, ob er nicht doch einmal über seine Lüge nachdenken sollte. Doch dieser Zeuge Jehovas am Altpörtel in Speyer ist weit davon entfernt, sich diese Frage zu stellen. Lieber lässt sich dieser Zeuge Jehovas beim Lügen erwischen und blamiert sich damit öffentlich, indem er dann ganz schnell abhaut. Was für ein Verhalten! Hat es in dieser Welt schon einmal einen deutlicheren Fanatismus gegeben? Der Mann ist überführt durch sein eigenes Verhalten und macht dennoch immer so weiter. Er weigert sich zu lernen und zieht Hassgesichte, wenn er mich sieht. Jehovas Zeugen definieren Fanatismus neu. Für sie ist Fantismus Standhaftigkeit und keine Gehirnwindung darf diese Wachtturm-Standhaftigkeit stören. Noch knietief in den Eingeweiden der Gemordeten stehend dürfen Jehovas Zeugen sich nicht eingestehen, dass sie Mörder sind. Sie bringen Menschen geistlich durch Lügen zu Tode und zelebrieren den körperlichen Mord durch Verbluten lassen, indem sie Patienten, die auf Bluttransfersierenden angewiesen sind, solange mit ihren Krankenhausverbindungskomitees maltretieren, bis der Tod aus religiösen Gründen eingetreten ist. Der unentgeltliche Helfer der Wachtturm-Mord-Ock am Altpörtel in Speyer scheut sich, fotografiert zu werden, weil er seine Lügen kennt. Er weiß, dass er lügt, und freut sich darüber, diese Lügen unter den Menschen zu verteilen. Durch die Verbreitung der Wachtturm-Lügen erhält er von seinen geistigen Eliten Anerkennung. Er genießt das Wehrgefühl der Wachtturm-Lügner. Und sein immer gleiches Verhalten lässt darauf schließen, dass diese menschliche Anerkennung sein wahrer Gott ist. Am Ostersamstag 2017 rechnete ich nicht damit, dass Jehovas Zeugen sich der Unehre geben und mit ihren Lügen öffentlich auftreten würden. Doch heute boten sie mir in Speyer eine unersetzliche Gelegenheit, viele viele Menschen vor ihren Lügen zu warnen. Touristengruppen fotografierten ungeniert die Szenerie und die Passanten in Speyer nahmen intensiv Notiz von den Anklagen, die gegen die Wachtturm-Lügen gerichtet waren. Unglaublich viele Leute hielten die konfrontative Situation fotografisch fest. So bleibt das Ereignis von heute noch vielen im Gedächtnis und manches Gespräch wird sich entspinnen, wenn sie ihre Fotos anderen Menschen zeigen. Wann kann man schon in einer fremden Stadt so lebensnah die Konfrontation der Wachtturm-Lügen mit klaren Fakten erleben und fotografieren? Sehr selten. Jehovas Zeugen bildeten mit ihrer fanatischen Standhaftigkeit die Grundlage für diese Situation und konnten nicht erkennen, wie verheerend ihr Auftreten die Wachtturm-Lügen entlarvte. Die gesamte Zeit überschauten sie wie Kapitäne auf hoher See in die Ferne, nur dass sie keine Ferngläser vor ihre Augen hielten. Sie schauten in die Ferne wie Weltescher. Wenn sie eine Hand weggesteckt hätten wie Napoleon, wäre das Bild perfekt gewesen. Zwei alte Frauen gingen an den Zeugen Jehovas vorbei und zeigten über die Schulter mit dem Daumen auf mich und sagten, das ist der Antichrist. Sie kassierten von den Zeugen Jehovas viel Zustimmung, wurden dann aber plötzlich sehr schnell, als sich ein paar Informationen laut verkündete, Jehovas Zeugen lehnen Jesus zeremoniell ab und feiern einmal im Jahr ihre große Ablehnungsfeier. Satanisten sind neidisch auf diese Zeremonie. Natürlich führte ich die Zusammenhänge detiert aus und für mehrere Minuten wurde es in diesem Bereich der Speirer-Fußgängerzone sehr still. Erst einige Minuten nach meiner Rede, die diese beiden lustigen Frauen am Horizont verschwinden ließ, hörte man wieder den einen oder anderen Menschen etwas sagen. Fantastisch! Das Ei der Zeugen Jehovas wurde nicht aufgeschlagen, sondern zermatscht. Ähnlich lief es später mit den beiden Profizeugen Jehovas ab, die sich gegenüber aufgestellt hatten. Ich hatte inzwischen das Schild in der Hand, Jehovas Zeugen trinken kein Menschenblut. Ein Mann fragte, was das zu bedeuten hätte, und ich erklärte es für alle gut hörbar. Jehovas Zeugen sind stolz darauf, kein Menschenblut zu trinken. Sie machen aus den mosaischen Speisegesetzen Kannibalismusgesetze. Es gab und gibt keinen Juden, der Kannibale war oder ist. Aber Jehovas Zeugen finden in der Bibel wundersamerweise Kannibalismusgesetze, aufgrund derer sie Menschen durch Verbluten lassen töten können. Die Elite-Obersuper-Zeugen Jehovas packten ganz schnell ihre Werbung zusammen und gingen ganz gelassen davon. Ein Zeuge Jehovas kann in einer solchen Situation natürlich nicht wie ein Mensch reagieren, denn er muss peinlich darauf achten, dass er sein Wachtturmgesicht gegenüber seinem Wachtturmkumpel wahrt. Jehovas Zeugen sind keine Brüder, sondern gegeneinander zutiefst misstrauisch. Jehovas Zeugen stehen permanent unter der Bespitzelung ihrer Glaubensbrüder und müssen ihr Menschsein deswegen regelrecht ausschalten. Während die Wirkung meiner klaren Worte den Zeugen Jehovas geistig ihr Inneres auf die Straße fallen ließ, spazierten ihre übrig gebliebenen Fassadenteile klapperns davon. Dies aber taten sie so lässig und entspannt wie möglich. Dass ihre Lügen so hart entlarvt worden waren, sollte doch besser niemand erkennen. Es ist immer wieder ein Vergnügen, eine Lügenreligion wie die der Wachtturmgesellschaft zu entspannt und unangestrengt zu entlauen. Die meisten Passanten kapieren sofort und nur wenige brauchen nähere Erklärungen. Schön ist, dass viele, die mehr Infos brauchen, auch ganz offen nachfragen. Und während ich den Leuten die schockierenden Details der Jehova-Religion erkläre, schauen Jehovas Zeugen wie Kapitäne heroisch in die Ferne, die gerade ihr Schiff verloren haben und sich an einem Stück Holz festhalten müssen. Und die Fassade der Hochgrad-Elite-Religion kratzen sie immer wieder zusammen, wenn sie ihren Abgang inszenieren. Innerlich zu Brei geworden sind sie äußerlich immer noch standhaft, denn sie haben den Halt der brutal von den eigenen Leuten Bespitzelten. Das unterste aller Systeme ist die Struktur, die die Wachtturmgesellschaft zusammenhält. Es ist die Spitzelherrschaft des Lügners.